Ich habe an der Stelle jetzt einen Kran und der hat eine Leistung, aber einen Wirkungsgrad, der nicht bei 100% ist. Das heißt also, von diesen 8 Kilowatt bekomme ich nicht alles und ich soll was machen, den Container hochheben, 200 Kilogramm, 10 Meter hoch. Also los geht's. Was ist gegeben? Die Leistung ist gegeben. P gleich 8,0 Kilowatt gleich umrechnen in schöne, saubere SI-Einheiten, nämlich 8000 Watt. Dieser Wirkungsgrad Äther ist 0,8, 80%. Und dann habe ich noch gegeben, die Masse von dem Container, ich schreibe es mal hier hin, die Masse ist 200 Kilogramm und die Höhe ist 10 Meter. Das sind saubere SI-Einheiten, die kann ich so lassen. Kilogramm und Meter sind gut. Und gesucht ist die Zeitdauer T. T ist gleich Fragezeichen, klingt verwirrend, aber schön der Reihe nach. Ich habe hier auf alle Fälle mal gegeben, 8000 Watt und nur 80% Wirkungsgrad. Das heißt, das ist die aufgewandte, das ist die Stromrechnung, die man bezahlen muss. Ich habe ja immer bei diesem Wirkungsgrad Äther ist die Leistung, die Nutzleistung durch die aufgewandte Leistung. Das heißt, die Nutzleistung, P-Nutz, also das, was ich bekomme, ist dieses Äther mal 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 P aufgewandt. Oder, geht auch ganz anschaulich, ich mache einfach hier so die 80%, 0,8 mal 8000 Watt. Und dann habe ich die Leistung, das ist dann genau 6400 Watt. So viel bekomme ich raus, obwohl ich so viel bezahlen muss, bekomme ich nur so viele Watt raus. Weiter geht's. Jetzt, wenn wir die kleinere Platz haben, die, wenn ich sowas habe wie Masse und Höhe, dann riecht es nach Hubarbeit. Die Hubarbeit hat folgende Formel. W ist M mal G mal H oder Höhenenergie. Arbeit oder Energie ist jetzt nur eine philosophische Frage. Dann habe ich hier 200 Kilogramm mal 9,81 Meter durch Sekunde Quadrat oder Newton durch Kilogramm mal 10 Meter. Dann bekomme ich hier 1926 Einheit ist Joule. Ob ich jetzt hier also W oder E mache, ist jetzt da egal. Jetzt habe ich zwei Zwischenergebnisse und die wichtige Formel ist, Leistung ist Änderung der Arbeit pro Zeit. Oder Leistung ist Änderung der Energie pro Zeit. Also pro Delta T, das ist egal. Und das heißt, ich bekomme hier die Zeit. Ich muss in jedem Fall hier so mal T machen und dann, hier tun wir hier weg, sauber, langsam mal T. Dann habe ich P mal T ist die Arbeit und dann dividiert durch P. Das heißt, die Zeit ist Arbeit durch Leistung. Die Zeit ist 19620 Joule durch 6400 Watt. Joule ist Wattsekunden, Wattsekunden durch Watt. Und dann bekomme ich hier, ich muss das runden, 3,1 Sekunden raus, also auf zwei Ziffern gerundet. Ich habe bei der ganzen Angabe, ich habe hier zwei Ziffern, zwei Ziffern, drei Ziffern, zwei Ziffern, also zwei Ziffern am Schluss. Und das war die Aufgabe. Und das war die Aufgabe. Vielen Dank.